Bahnt sich bei GZSZ etwa ein großes Liebes-Comeback an? Zumindest sieht es ganz danach aus, denn Moritz trifft seine alte Flamme Louis auf einer Party wieder. Dieser Moment ist für GZSZ Moritz sehr hart. Auf einer Strandparty sieht er Louis wieder, in denen er immer noch verknallt ist. Schmachtend schaut er zu ihm herüber, traut sich aber nicht, ihn anzusprechen, weil er weiß, dass Louis aktuell mit Johanna zusammen ist. Der lenkt sich doch nur mit Johanna von seinem Liebeskummer ab, ist sich Moritz' Kumpel Jonas sicher. Bring das in Ordnung, ermuntert er seinen Freund. Tatsächlich kommen Moritz und Louis ins Gespräch und plötzlich ist da etwas zwischen den beiden. Doch reicht das aus, damit die beiden wieder zusammenkommen? Das erfahrt ihr in einer neuen Folge von Gute Zeiten, schlechte Zeiten, immer montags bis freitags um 19.40 Uhr bei RTL oder vorab bei RTL Plus.